Wer hat mehr Abonnenten auf Instagram? Aha, da sind ihr euch nicht einig. Nicht. Ich glaube Sandra, du hast mehr. Ich sehe glaube mehr auf Instagram. 30 oder so. 30 mehr oder 30? 30 mehr. Nein, du hast 260 und du hast 200. Wir sind noch nicht so lange auf Instagram. Ich habe euch vorhin gestalkt. Okay.